Wird die Kürzung meiner Altersrente sofort aufgehoben, wenn ich meine Tätigkeit neben der Rente beende? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Stellen Sie sich mal folgenden Fall vor. Sie beziehen eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Beginn zum 1. Januar 2022. Sie gehen neben dieser Rente weiter arbeiten und haben einen Jahresverdienst brutto von 55.000 Euro. Am 31.10.2022 beenden Sie Ihre Tätigkeit. In der Zeit vom 1. Januar bis zum 31.10.2022 haben Sie Ihre Altersrente nicht als Vollrente bekommen, sondern nur als Teilrente wegen Anrechnung des Hinzuverdienstes. Sie sind mit den 55.000 Euro über der Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro. Jetzt rufen Sie am 1.11.2022 bei der Rentenversicherung an und teilen denen mit. Liebe Leute, ich bin seit dem 1.11. ohne Beschäftigung. Bitte berechnet meine Altersrente neu. Ich möchte jetzt die Vollrente haben. Sie werden mit diesem Antrag leider nicht durchkommen. Und zwar aus folgendem Grund. Der Jahresverdienst, den der Versicherte mit 55.000 Euro hatte, ist ein Jahresverdienst. Das heißt also, dieser Verdienst wird im Rahmen einer Jahresbetrachtung als anrechenbarer Hinzuverdienst erfasst. Die Regelung, von der ich jetzt hier rede, die gilt seit dem 1. Die gilt seit 2017. Das heißt also, wir hatten seit 2017 eine Änderung in der Anrechnung von Hinzuverdienst neben der Rente. Wir haben jetzt eine stufenlose Anrechnung des Hinzuverdienstes. Und zwar sagt das Gesetz, wenn du innerhalb binnen Jahresfrist mehr verdienst als die jeweils geltende Hinzuverdienstgrenze, dann verbleibt es so, dass deine Altersrente als Teilrente gezahlt wird. Und zwar grundsätzlich vom Beginn an der Rente bis zum Ende des Jahres. Und in unserem Beispiel war der Beginn der Rente der 1.1.2022. Das heißt also, die Teilrente wegen Anrechnung Hinzuverdienst wird definitiv bis zum 31.12.2022 als solche gezahlt werden. Daher ist es notwendig, dass Sie auf jeden Fall, wenn ein solcher Fall bei Ihnen eintreten wird, dafür sorgen, dass die Deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger dann zum 1. Januar 2023 hier einen entsprechenden Vollrentenantrag von Ihnen bekommt, sodass Ihre Altersrente dann ab 2023 als Vollrente gezahlt wird. Ein völlig anderer Fall ist es, wenn Sie nicht 55.000 Euro verdienen, sondern vom 1. Januar 2022 bis zum 31.10.2022 nur 38.000 Euro verdienen. Dann war ja klar, dass Sie Ihre Altersrente als Vollrente bekommen haben. Und wenn Sie dann aufhören mit Arbeiten, brauchen Sie keinen extra neuen Antrag zu stellen, sondern Sie müssen einfach nur der Deutschen Rentenversicherung mitteilen, liebe Leute, ich habe aufgehört mit Arbeiten. Sodass nicht eventuell im Fall, dass wir im Jahr 2023 dann wieder eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro haben, hier dann die Deutsche Rentenversicherung auf einmal aus Ihrer Vollrente eine Teilrente macht, weil die Rentenversicherung hier als Prognose Ihre 38.000 Euro Jahresverdienst 2022 heranzieht. Das heißt also, es ist wichtig, dass Sie auf jeden Fall Ihre Beendigung der versicherungspflichtigen Beschäftigung neben der Rente auf jeden Fall anzeigen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel